Hi Leute, hier ist Julius, oder Whisper for President, und ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück, zurück auf meinem Kanal meine ich natürlich, bevor dieses Video beginnt, bitte setz deine Kopfhörer auf, oder nicht, also, ich kann es dir auf jeden Fall nur empfehlen, so, heute möchte ich ein bisschen über meinen Kanal sprechen, und eventuell ein paar Geräusche machen, Gucken wir mal, wie es wird, vielleicht haben einiges schon mitbekommen, aber ich habe meinen Kanal umbenannt, und zwar habe ich die 4 in ein F.O.R. umgeändert, also mein Kanal heißt ja Whisper for President, und ich hatte seit Anbeginn meines Namens die 4 als das 4, weil ich denke, viele verstehen, ich meine, und diese 4, die Nummer 4 habe ich geändert in die geschriebene Form von der Nummer 4 in Englisch, also, nein, weil 4 wird ja anders geschrieben, mein YouTube-Name hat ab jetzt keine Zahl mehr, so, sondern es ist einfach nur ganz geschrieben, alles ist geschrieben, und das habe ich gemacht aus mehreren Gründen, und zwar, wenn ich am Anfang meines Videos sage, hey Leute, mein Name ist Julius oder Whisper for President ASMR, dann denken die wenigsten an die Zahl 4, sondern an die ausgeschriebene Form, und, ja, deswegen habe ich es geändert, zudem habe ich auch noch mein Profilbild geändert in ein positives, lächelndes Bild, ähm, und nicht mehr mein altes Profilbild, ähm, wo ich in Berlin, übrigens, das war in Berlin, von einem, äh, klassischen Kameraden, dem Herrn Neberkuhl, Link in der Videobeschreibung, Instagram, der hat das Bild gemacht, und, ähm, ja, das habe ich jetzt auch geändert, um ein bisschen positiver zu wirken, und allgemein mein Kanal ein bisschen, also ich bin, wenn ich etwas Leidenschaft habe und etwas sehr gerne mag und Spaß daran habe, dann, ähm, bin ich auch sehr gewillt, das, ähm, zu tun und wirklich gut zu machen, aber manchmal, ähm, behalte ich, also, verliere ich dann so Kleinigkeiten wie meinen Namen, also ich fand das, als ich meinen Namen erstellt habe, meinen YouTube-Namen, den Whisper for President, dann habe ich, ich hieß ja ursprünglich, ursprünglich hieß mein Kanal Julius ASMR, das wissen vielleicht die wenigsten, und, ich wollte mich von der Masse abheben, nicht nur meinen Vornamen, und dahinter ASMR, sondern, etwas, was dem Thema, auf jeden Fall, so eine Referenz hat, aber, anders, was Neues, und, ich hatte irgendwas, ähm, im Kopf von, ich weiß nicht, vielleicht von irgendeiner Serie, oder von einem Buch, von einem Film, auf jeden Fall, wenn man irgendwas gut findet, oder eine Person gut fand, dann sagt man zum Beispiel jetzt hier, ähm, sagen wir mal, Kanye West for President, oder, ähm, Football for President, oder, Walmart, oder Real, oder, keine Ahnung, irgendwas, ähm, der Fußballklub, den Lieblingsfußballklub for President, so, und, das war bei mir irgendwie im Kopf, und dadurch habe ich mir diesen Namen, ähm, ja, zusammengestellt, und jetzt habe ich das halt auch geändert, in die geschriebene Version, und, äh, das ist zum Beispiel ein Punkt, ich habe das gemacht, weil, das einfacher ist dann zum Suchen, in der Suchleiste von YouTube, diesen Kanal betreibe ich, weil ich es liebe, weil ich Leidenschaft daran habe, und weil, ich sehe, dass Leute, dass ich Leuten helfen kann, und dass Leute wirklich Leuten helft, und, ähm, seitdem ich dieses Feedback von euch bekomme, mache ich das aus purer Leidenschaft und Lust und Laune, aber, ich muss auch den, ähm, ja, ich weiß nicht, kommerziell, das ist der falsche Begriff, denke ich mal, aber ich, ähm, möchte, man kann da ja auch weiter expandieren, ähm, näher an die Leute bringen, äh, dass meine Videos vorgeschlagen werden, unter anderen Videos, oder vielleicht sogar in die Trends, wenn irgendwann mal ASMR seine eigene Kategorie auf YouTube hat, und, ähm, ja, deswegen ein positives, ein freundliches Gesicht, als, ähm, Profilfoto auf YouTube, ähm, ein Name, der geschrieben ist, ohne viel, eine Vier jetzt als Zahl ist ja sehr, ähm, ja, es gibt YouTuber, die haben Zahlen im Namen, aber ich finde, diese Vier verwirrt sehr, und deswegen habe ich es rausgenommen, ähm, ich müsste auf jeden Fall noch, ähm, Playlists erstellen von meinen ganzen Videos, ähm, ja, von meinen Videoreihen, so wie Einschlafen oder, äh, TabbingML oder Rollplays, halt, Playlists erstellen, wo diese ganzen Videos aufgelistet sind, weil, da, das tue ich irgendwie nicht, keine Ahnung wieso, ähm, ja, so, für die Leute, die jetzt gerade noch zuhören, und ich denke, das sind die Leute, die sich auch für meinen Kanal interessieren, deswegen spreche ich dieses Thema jetzt erst mitten im Video an. Ich brauche, ähm, Moderatoren für meine Kommentare, weil es gibt immer wieder irgendwelche Leute, die irgendeine Scheiße unter meinen Kommentaren schreiben, und ich möchte die nicht immer einzeln, ähm, bannen müssen, und falls es unter euch jemanden gibt, der es gerne tun möchte, und schreibt es bitte in die Kommentare. Die Aktiven von euch kenne ich, ich kenne euch beim Namen, wenn ich meinen Namen in den Kommentaren sehe, dann weiß ich, wie oft du kommentierst. Also schreibt mir in die Kommentare, falls du es machen möchtest, und warum. Und dann, äh, werde ich dich gegebenenfalls als Moderator für meine Kommentare hinzufügen, und dann hast du da, glaube ich, ähm, ja, auch Möglichkeiten, Kommentare zu löschen, oder auch Leute zu bannen. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, was überhaupt die Funktion des Moderators ist, oder die Möglichkeiten, die der hat. Aber falls du interessiert bist, und mit mir zusammenarbeiten möchtest, mit an meinem Kanal, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Und, ähm, ja, sag es mir einfach. So. Was wollte ich noch besprechen? Ich habe halt Ferien. So wie viele von euch auf jeden Fall. Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Und, ähm, Ich, äh, weiß nicht, wie viele Videos kommen werden, weil in den Ferien ist halt mehr Zeit für Freunde, Familie, ähm, Hobbys. Und das hier ist mein Hobby. Deswegen denke ich mir, dass ich mir schon Zeit nehmen werde. Sag mir doch einfach, welchen Video wunschst du eventuell noch hast? Ich weiß, viele möchten ein neues, äh, ASMR for Draft haben. Also FIFA. Und, ähm, viele möchten auch noch so ein Oldschool-Video haben, wo ich mit meinem Mikrofon und mit der Socke darüber einfach nur ein bisschen rede und ein SMH-Video mache. Oder vielleicht eine Fortsetzung zum, ähm, Apfelarzt oder zum Rucksackfreund oder zum, keine Ahnung, sag du es mir, was du von mir sehen möchtest, worüber du dich freuen würdest. Und, ähm, ja, dann versuche ich es eventuell hinzubekommen. Video, Video-Ideen, ähm, kommen natürlich nie von alleine. Und falls du eine hast, die ich, du möchtest, die ich dann erstelle und hochlade, die auch viele mögen. So, also, ich rede mich hier gerade über Kopf und Kragen. Falls du möchtest, falls du einen, einen Video-Wunsch hast, dann schreibe mir bitte in die Kommentare. So. Ich guck mal kurz, wie lange das Video hier schon geht. Acht Minuten. Okay. Ich guck mal kurz, ob mir jemand geschrieben hat, an die. Nein. Na doch. Okay. Ähm, ich werde, heute ist Montag, ich werde morgen in den neuen Star Wars gehen. Äh, und zwar in Krefeld. Äh, in der Original-Verfassung. Und das um, warte, einen Moment. Ähm, die Vorstellung beginnt, oh, wo ist das Bild? Da. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr und das ist im Maximum, äh, in Krefeld, glaube ich, ja. Also auf jeden Fall die Original-Fassung von Star Wars, äh, Rogue One. Ich hoffe, ich habe das, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Ich habe bis jetzt drei, zwei, drei Kinofilme auf Englisch geguckt und es ist einfach purer Genuss für mich, diese Original-Stimmen aus diesen super tollen Boxen im Kino zu hören. Ich gucke generell ungerne Serien oder Filme auf Deutsch, ähm, da diese Original-Stimmen und die Original-Fassung einfach immer, immer, immer besser ist. Falls einer von euch Supernatural kennt, Sam und Dean, Castiel, Crowley, diese Stimmen haben alle so einen Pass in der Stimme und in Deutsch sind diese Stimmen einfach scheiße. Ganz ehrlich, die sind einfach scheiße. Die hören sich an wie zwei 20-Jährige, die sich streiten, weil, also, ne, auf jeden Fall gehe ich da in Englisch ein, was mich mega freut. Und, äh, falls ihr möchtet, kann ich dann zu diesem Film dann auch eine, eine, oder einen Review holen. Ich möchte aber den Leuten auch, bei Star Wars ist das auch mal immer so eine Sache, ich, ähm, wenn ich diesen Film geguckt habe, dann, ähm, es gibt entweder die sind die Leute, die Star Wars mögen und die Star Wars hassen oder die sich dafür gar nicht interessieren. Deswegen, die Leute, die Star Wars mögen und den Film noch nicht geguckt haben, würden sich ein Video von mir nicht angucken, wo ich über den Film erzähle, da die den Film selber noch gucken wollen. Aber wenn, und wenn das Leute sind, die Star Wars gar nicht interessiert, dann gucken die dieses Video eventuell auch nicht, da die eventuell nicht von, ja, Sachen zugeredet werden möchten, wobei die, ja, wofür die gar kein Interesse haben. Deswegen sind diese thematisierten, äh, Filmvideos, ähm, immer so ein, ja, so eine Sache für sich. Aber falls ich das möchte, tue ich das natürlich. So. Mir wurde auch gesagt, dass ich für ASMR-Videos zu schnell spreche. Es gibt Videos, da spreche ich, so wie jetzt. Und es gibt Videos, wo ich sogar noch langsamer spreche. Vielleicht ist das ja auch ein Video-Wunsch von euch, wo ich eventuell, wenn ihr das möchtet, sehr übertrieben und überzogen langsam spreche. Ich weiß nicht, wer von euch das eventuell haben möchte. Ähm, ja, ich bin für alles offen. Schreibt mir einfach zu diesem ganzen Video eure gebündelte Meinung in die Kommentare. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dein Tag ist, war oder ist oder wird angenehm, positiv, produktiv. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Pass auf dich auf. Ja. Und ciao.